Musik Ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Elenz in der Eifel aufgewachsen. Hier kennt man mich schon als kleinen Dappes. Ich habe als Kind im Stall bei den Kälbern übernachtet und mit den Katzen im Heu gespielt. Meinen Eltern geholfen, wo ich konnte und so schon früh einen engen Bezug zu den Tieren entwickelt. Meine Frau Sabine ist mit dem Fleischerhandwerk groß geworden. Was bei ihr und mir immer schon eine große Rolle spielte, die Tiere wurden mit großem Respekt und Dankbarkeit geschlachtet. Eine artgerechte Haltung und ein würdevoller Umgang mit den Tieren hat sich in unserer Familie fest verankert. Deshalb bin ich froh, mit Partnerbauernhöfen zusammenzuarbeiten, die unsere Wertvorstellungen teilen. Wir sind ein Familienbetrieb aus der wunderschönen Eifel, legen großen Wert darauf, dass unsere Tiere ein Leben haben, ein artgerechtes Leben haben, kurze Transportwege zu unseren familiengeführten Schlachthöfen haben, dass wir alles in unmittelbarer Nähe unserer Metzgerei haben, dass es einfach glückliche Tiere sein dürfen. Unsere Landschweine beziehen wir von Stefan Müller aus Landscheid. Die leben ein ganzes Jahr auf Stroh und wenn das Wetter es zulässt, dürfen sie sogar raus. Unsere Rinder, unsere Eifel-Vancus, kommen von der Familie Weber aus Ahlenrath. Da bekommen wir auch unsere Blondies her. Unsere Herfordrinder, wo wir die Rostbeef hauptsächlich für Tri-Edge-Fleisch benutzen, kommen aus Nimsreuland, vom Hermannshof. Die leben ein ganzes Jahr auf der Weide, egal wie das Wetter ist. Und unser Geflügel kommt vom Bauer Lausberg aus Niederstedem, was 100% Bodenhaltung hat und natureigenes Futter bekommt und auch ganz ohne Antibiotika rausgezogen wird. Wir sind unsagbar stolz darüber, dass unsere beiden Töchter beide unsere Werte und unsere Arbeit schätzen und so auch mit in unseren Betrieb eingestiegen sind und beide in ihren eigenen Fachbereichen weiterarbeiten können. Als Fleischermeisterin kann ich mit meiner Familie zusammen all das Gelernte in geschmacklich hochwertige Produkte umsetzen. Mit dem Wissen, dass jedes Tier aus der Region kommt. Egal, ob es nachher eine würzige Bratwurst oder ein leckeres 2-Edge-Stick wird, man schmeckt es dem Fleisch an. Gute Haltung und die Konteverarbeitung sind das A und O für den guten Geschmack. Alle unsere Produkte kommen aus eigener Herstellung und werden stets frisch zubereitet. Grillmarinaden und Salate werden ebenfalls alle nach hauseigenen Rezepten und ohne Geschmacksverstärker sowie ohne Zusatzstoffe von uns hergestellt. Wenn du keine Passion für die Fleischverarbeitung hast, kann es auch nicht gut werden. Wir sind auch für verschiedene Fleischwünsche und spezielle Cuts offen. Kommen Sie zu uns in die Filiale. Wir sind nah am Kunden und stolz auf unsere Produkte. Der Kontakt mit dem Kunden auf dem Markt macht uns besonders Spaß. Auch unser Catering entspricht unseren hohen Qualitätsansprüchen. Schon früher war ich mit Papa in der Wurstküche und habe unsere Bauernhöfe besucht. Mir wurde dann später klar, dass ich Köchin werden wollte. Die Unternehmensphilosophie meiner Eltern vertrete ich mit ganzem Herzen. Ich versuche ständig, meine Erfahrungen der Jugendnationalmannschaft in unserem Catering weiterzuentwickeln und dort mit einzusetzen. In unserem Partyservice können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Dort können wir unsere Leidenschaft richtig gut ausleben. Von gut bürgerlich bis fine dining stellen wir Ihnen Ihr ganz besonderes Menü zusammen. Wir haben Spaß daran, unser Wissen zu teilen und dies in unseren Kochkursen weiterzugeben. In unseren Filialen stellen wir täglich frischen Mittagstisch für Sie her. Auch in Zukunft wollen wir innovativ bleiben und eigene Kochkurse und Events anbieten. Dadurch können wir unsere Leidenschaft für gutes Essen mit anderen Menschen teilen. Wir denken auch über eine eigene Großküche und Eventhalle nach. Alles, was uns ausmacht, ist, dass wir alles selbst und regional produzieren, damit Sie mit gutem Gewissen genießen können. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018